Jo, Willkommen zurück bei Fiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ja! Jetzt hat's suchen wir die erlösige Wade! Diese Wade... BITCH. Helikopter. Helikopter! OHH Oh 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 Helikopter! Oh, 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 oh. Das war ganz normales Abendprogramm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich schwärz dich den Behörden an. Hört er einfach schwarz mit. Und wenn ich das deine Mami erzähle. Oh, okay. Ich habe eine neue Nachricht. Erst von Harlan Waid. Hi, es ist Harlan Waid. Ich habe versucht, eine Genevieve auf jeden Tag, aber die B***h nicht auf seine Telefonnummer. Wenn du siehst, erzählst du sie, wir sind in die Überfläche, als ich dachte. Sie ist eine schöne Idee, dass sie die Tür öffnen, hat etwas in der Motion, die ich nicht erklären kann, und ich weiß nicht, wie es zu stoppen. Ich hoffe, dass sie glücklich ist. End der Nachricht. Okay. Puh. Harlan Waid, was hast du nur gemacht? Oh, Mann, Mann, Mann. Puh. Die Law. Das Gesetz. Oh, November. Aber hier liegt ja. Wir waren schon jetzt ab Dezember, erst, gell? Okay. Ah. Okay. Ja, von wo kommt das? Mrs. Alice! Ich hab hier einen Kamin mit dir! Oh, Alice! Was hat dein Vater nur gemacht? Ich hab hier einen Kamin mit dir. Ich hab hier einen Kamin mit dir. Oh, Alice! Hurry! Next message from... Aldus Bishop. Hey, it's Aldus. I read through those news clippings and I definitely think you're onto something. I'm gonna see if I can track down some other people who've lived or worked in the area during that time. Even a couple of interviews would help. I'll keep you posted. End of messages. Oh, man. 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 Hallo? Und ich hoffe, dass diese Frau nicht geliefert wird. Keine guten Nachmittag, Hunter. Ich habe das auch. Hi, it's Sue. It's about 2.30 Uhr. Guess we're in a meeting, as usual. Anyway, just wanted to make sure you got my email about tomorrow night. Sorry for the short notice, but we won't have to stay late. Call me back when you get in. Bye. End of messages. Oh, komm schon. Und die haben immer und überall ein ganz großes Problem mit ihrer Stromversorgung, wenn ja überall fast alles flackert. Äh. Ich bin dem Point Man, baby. Ich bin dem Point Man, baby. Mit mir legt man sich nenn an. Nein. No fucking s- Ach. Boah. Ich bin hier mal kurz. Ich bin japan. Oh, oh. Der eine ist wieder aufgestanden Leck mir mal Hab ich denn? Du hast eine neue Botschaft. Die erste Botschaft von Alice Wade. Hallo, das ist Alice Wade. Ich wollte Ihnen einen kurzen Status-Report geben. Wir sind noch die Daten, aber es ist ziemlich klar, dass was mit Auburn passiert ist nicht wegen der übrigen Faktoren-Socio-Economischen Faktoren. Die Unternehmung war eigentlich ein Symptom von Menschen, die vorhanden oder verlassenen die Stadt für andere Gründe. Das wird in unserer Präsentation beitragen. Eine weitere Sache. Von dem wir wissen können, das alles begonnen hat über 20 Jahre vor. Ich werde Sie wissen, wenn wir eine klare Bildung haben. Danke. End der Messungen. Vorwärtslicht! Hörst du noch! Hörst du noch! Hörst du noch! Hörst du noch! Oh Oh Yeah, come to bubba Oh 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 Wovon wurde er auf einmal gekommen? Oh Gut Yup Okay Interessant Alter Boah Mädels Du treibst es echt zu weit in dein Psycho-Stand Spielchen Boah Aja 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 B Aja 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 Das war's für heute. Äh. Rael? Das war's für heute. Ich werde das schon wieder auf den Kopf gehen. Ich werde das nicht mehr auf den Kopf gehen. Ich werde das nicht mehr auf den Kopf gehen. Nein, du f***ing die. Shit. Die verlankert mich. Die verlankert mich. Na komm du her Junge. Dein erster. Puh. Hast echt grad ne Menge Schwein gehabt Kollege. Die verlinkert mich. Hast du noch? Watch out grenade! Shit. Ja! Ja! Mieter einfach an mir vor, vorbein, Leute! Das ist jetzt endlich! Ja! Moin moin! Ja! Na gut, ich behalte auch die Waffe. Ja! Oh, ja, Kollege! Ja! 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 Dein Ernst, ich bin... Dein Ernst jetzt Spiel? Ohhhh Der Beekbo hat schon viele die 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 Blut Hmm Oh 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 Hey, just sit here Do you know what the hell we are doing? Do you know why? We have movement ... TARGERS SPLITED! TAKE IT DOWN! OH SHIT! TARGERS SPLITED! Weckesatz! And what are we seeing here? Nice! Okay, geil! WTF, was ich hier zu tun? Mingya, der hätt schon einiges aus. Was willst du, kleiner Wicht, jetzt? Gibt es noch etwas? Gibt es noch etwas? Okay, buddy. Access wait to the laptop and upload the data on the Zoom. Yes, sir. Halt deine Fresse, Mann, ich höre dir gerade zu. Halt deine Fresse, Mann, ich weiß, ob sie die Fresse wird, wenn sie die Fresse zurückkehren. Ich habe genug von diesem Schein. Ich werde sieben Gurley-Drinks auf einem Beach in Tahiti, bis die Medien werden die Wundervolle sehen. Talk to you later, buddy. End of Messages. All right, die Daten wurde veröffentlicht. First things first, get to the roof. The Hello is on the way. You mean a helicopter? Can we drive instead? My car is downstairs in the parking garage. What, are you afraid of flying? Kind of. Trust me, you're safer in the air. Yeah, right. Mail? Hurry, let's go get my dad. You're not going anywhere but a safe house till this is over. What? Don't worry, your father will be joining you as soon as we pick him up. No way, I'm not going anywhere until I know he's okay. Forget it, I'm not taking any more chances. Hey, move! Well, guess what the running eye is so. I'll take it. What kind of food are you doing? I mean, that's the right thing. We're thinking, man, man. I can pass the hall. Let's go! Okay, we're thinking, man. Beim nächsten Part wieder. Ciao.